Ja, wir tun es mal wieder. Wir testen einen Mikrowellenburger von San Fabio, dem Burger All Italiano mit Hinde-Frikadelle. Den probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Der San Fabio Mikrowellenburger von Penny. Ja, den habe ich durch Zufall da gesehen und dachte mir, komm, wir tun es mal wieder. Wir testen einen Mikrowellenburger. Aber wir hatten bei Mikrowellenburger, glaube ich, bisher nie wirklich was Gutes, außer einen, muss ich wirklich sagen. Einer war mal okay und der war auch von Penny, das war der hier oben. Das ist der Penny vegane Mikrowellenburger. Den habe ich, glaube ich, seit längerem nicht gesehen. Ich bin nicht so oft bei Penny, aber den gab es mal und der war wirklich gut. Also für einen veganen Mikrowellenburger war der super, aber insgesamt für alle anderen Mikrowellenburger war der insgesamt auch super, weil bevor ich mir so ein Billigfleisch hole, okay, da brauchen wir jetzt hier nicht drüber reden, angeblich ja nicht, angeblich soll das ja was Besseres sein. Mal gucken. War der echt gut. Und jetzt möchte ich mal gucken, was der San Fabio Burger kann. Sieht ja ganz geil aus, ne? Ist so die Sachen drauf und oh, mhm. Ja, und dann liest du halt den Text an der Seite, wenn du genauer hinguckst. Dann steht natürlich, es ist ein Brötchen, Hähnchen, also ein Brötchen mit Hähnchenfrikadelle, Parmigiano, also irgendein angelehnter Parmesan und also eine Zubereitung, irgendeine Soße, die so ein bisschen an Parmesan einenden soll. Das war's. Also an sich ist hier nur Soße drauf, ein Brötchen, eine Frikadelle. Und dazu passt dann halt noch frischer Parmesan, Tomaten und Bucula oder sonstiges. Also wenn ich mir das mache, dann könnte er so aussehen. Wir machen das gleich mal. Wir machen gleich mal Hälfte, Hälfte. Ich mache eine Hälfte so und die andere Hälfte mache ich mal leicht belegt. Ich habe ein paar Sachen dafür da. Krieg mal hin. Ob sich das lohnt am Ende? Ich weiß es nicht. Zutaten und Nährwerte gucken wir uns mal kurz an. Wir haben also ein Weizenbrötchen mit Hähnchenfrikadelle, Parmigiano, dann diese, was ich euch gerade schon gesagt habe, noch eine Würzsoße auf Frischkäsebasis mit Kräutern. Wenn wir das jetzt mal so ganz grob durchgehen, ist natürlich einiges drin. Auch das Brot ist eigentlich okay von der Sache. Das Hähnchenfleisch ist komplett zerkleinert und hier zusammengefügt. Dann kommt Wassersäure, Kapsöl, Gewürze zackt, Käse ist drin. Das passt an sich auch von den Zutaten. Also an sich ist er von den Zutaten gar nicht so schlimm. Die Klammer ist natürlich sehr viel aufgeschlüsselt. Kalorien hat das Ding 193. Geht eigentlich auch okay. Und dauert in der Mikrowelle bei 600 Watt 90 Sekunden und kommt von der Allfeinfeinkost GmbH. Klingt also im ersten Moment gar nicht so schlimm. Es ist immer noch ein Mikrowellenburger. Aber wie gesagt von den Zutaten ist er mal so ein bisschen besser. Ob der am Ende aber wirklich schmeckt, das wird mal gleich heraus. Ich schiebe den jetzt gleich erstmal in die Mikrowelle. Dann wird er belegt von einer Seite und von der anderen Seite. Und ihr seht dann gleich mal das fertige Ergebnis. Und dann probieren wir ihn. Ja und hier ist er jetzt. Das Prachtstück frisch aus der Mikrowelle. Ich habe ihn natürlich schon eingeschnitten. Aber ihr seht natürlich, das ist natürlich wieder dieses extrem weiche Brötchen. Und wenn wir uns den jetzt mal hier so angucken. Ja. Boah, also es ist ordentlich Soße da. Das kann man wirklich sagen. Also da haben sie nicht dran gespart. Also das sieht man hier auch. Da ist wirklich gut Soße. Unten ist diese Kräutermischung, die da unten ist. Also die ist wirklich auch verteilt. Ich musste mit dem Messer nochmal ein bisschen was nachstreichen. Aber es war wirklich genug da. Ich habe hier nichts ergänzt. Hier habe ich aber ergänzt. Denn ich habe ihn ja einmal so gemacht, wie auf der Rezeptur. Jetzt ist er mir natürlich schon ein bisschen verrutscht. Mit ein bisschen Parmesan, noch Salat drauf, Tomaten drauf. Das ist für einen Mikrowellenburger dann aber auch, denke ich mal, schon wieder ein bisschen besser. Man kann sich sowas ja pimpen. Und das sind ja einfache Zutaten. Okay, Parmesan hat man vielleicht nicht immer da. Ich schon. Aber jetzt machen wir das Wichtigste. Wir probieren diesen Mikrowellenburger von Penny. Und da sind wir wieder zurück. Und ich muss sagen, für einen Mikrowellenburger schon ein bisschen besser. Also wir müssen ja immer noch über Mikrowellenburger sprechen. Nicht über Burger, wie man es kennt. Das ist Mikrowellenfood. Fastfood. Und es ist ordentlich viel Soße da. Das finde ich gut. Das ist meistens nicht so. Manchmal ist das so ein Kleck. Das sieht unappetitlich aus. Und der sieht auch nicht so schlecht aus. Also von hier, jetzt ist das so typisch Mikrowellen-Style. Aber das habe ich schon schlechter gesehen. Weitaus schlechter. Und wenn man sich den dementsprechend noch ein bisschen belegt mit irgendwas drauf. Und es war halt gut Soße bei. Jetzt ist nur die Frage, schmeckt das? Ich schneide mir das jetzt hier noch einmal ganz kurz in vier Teile. Denn ich muss ja noch ein TikTok-Video weitermachen. Und ein Instagram-Kurzvideo. Die mache ich nämlich immer parallel mit. Das kriegt ihr vielleicht gar nicht so mit. Aber das mache ich halt immer. Und ja, ich habe mir nur einen Burger gekauft. Und wenn ich das nicht richtig mache, man muss ja alle Plattformen vernünftig bespielen. Aber hier gibt es halt den vollen Test. Bei den anderen halt nur einen ganz kurzen Zusammenschnitt. So. Jetzt hat es schon mal diesen typischen Mikrowellen-Touch. Es ist unten sehr zäh. Das ist auch mal sehr, sehr geil. Ja. Und jetzt probiere ich erst mal den Burger. So wie er ist. Mit Soße. Mit allem drum und dran. Ohne dass ich was dabei getan habe. Du schmeckst jetzt leicht italienischen Kräuter. Die Frikadelle ist, muss man sagen, eine von diesen Häti-Frikadellen, diesen fälligen. Mal eine der besseren. Die ist wirklich sehr, sehr zart. Aber es schmeckt wenigstens auch noch noch Hähnchen. Und nicht dieses zerhexelte, ekelhafte Zeug, was noch nicht schmeckt. Die hat deswegen auch Geschmack. Die Soße passt gut. Das Brötchen würde ich mir, glaube ich, lieber toasten. Ist aber schwierig, weil die Soße schon dran ist. Da könnt ihr euch von außen nochmal ein bisschen antoasten. Aber so. Wirklich einer der besseren Mikrowellen-Burger. Also es ist wirklich so, man fühlt sich so ein bisschen besser vom Geschmack. Ich probiere das jetzt nochmal, wie gesagt, mit Tomate, Mozzarella, äh, Mut. Mit Tomate, mit ein bisschen Salat und ein bisschen Parmesan. Ja, okay, dann schmeckt es ein ganz anderes Level in dem Moment. Wenn du jetzt diese Frische dazu bekommst, noch der Geschmack von Parmesan, der nochmal das viel intensiver macht. Dieses salzige. Also wer Parmesan gerne isst, so wie ich, der weiß, wie geil Parmesan schmeckt. Jetzt habe ich noch ein Stück zähes Brot. Für einen Mikrowellen-Burger ist der sehr, sehr, sehr gut, muss man sagen. Im Verhältnis. Wir haben ja schon einige Mikrowellen-Burger getestet. Auch von anderen Discountern, wo ich auch teilweise wirklich sauer geworden bin. Weil das war einfach so ekelhaft. Das hat nichts mit leckerem Geschmack zu tun. Und der hier ist wirklich einer der besseren. Die Fikandelle schmeckt, die Soßen schmecken. Es schmeckt unterschiedlich. Das Brötchen, ja, ich würde es besser finden, wenn ich mir das selber belegen könnte. Kann ich ja machen, wenn ich es mir zu Hause mache. Aber von der Grundrezeptur ist das gut. Wenn ihr noch richtige Tomate draufmutet, ein bisschen Salat. Ich habe jetzt hier Spinat drauf gemacht. Funktioniert auch. Und noch ein bisschen echten Parmesan. Dann geht es schon in ein sehr, sehr hohes Level. In einem Grundzustand, so wie er ist, würde ich mal sagen, auf einer Mikrowellen-Burger-Skala, wenn wir das wirklich auf Mikrowellen-Burger-Niveau setzen, würde ich mal sagen, so eine 4 von 5. Als normales Produkt, maximal so eine 2,5, 3, irgendwas in dem Bereich. Aber für einen Mikrowellen-Burger wirklich einer der besseren, die ich bisher so gegessen habe. Und wenn ihr euch den pimpt, dann gehen wir sogar in die Kategorie 5 von 5 für einen Mikrowellen-Burger. Aber wie gesagt, für einen Mikrowellen-Burger, nicht mit einem alltäglichen Produkt. Jetzt ist nur die Frage, habt ihr ihn schon probiert oder würdet ihr ihn probieren? Ich wäre gespannt auf eure Kommentare. Ich bin, wie gesagt, sehr erstaunt, dass es auch in guter Qualität geht oder in besserer Qualität geht, als es in billig Grammstehen sonst auch gibt unter den Produkten. Ich würde ihn mir aber nicht wieder kaufen. Das muss man so nochmal sagen. Ja, dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Ich kann euch den Preis gar nicht mehr sagen. Ich glaube 2,49 Euro. 2 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr. Der war aber nicht teurer als 2,49 Euro. Darum sage ich jetzt nochmal, wie gesagt, danke fürs Futschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos bei der Futschau. Bis dahin, ciao, euer Bob.